Hier ist wieder Marc Lehmann von Lebensraumimmobilien. Einen schönen guten Tag. Sie wünschen sich eine schöne Wohnung in der Altstadt? Vielleicht drei bis vier Zimmer, über 100 Quadratmeter? Dann habe ich heute das passende Angebot für Sie. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Besichtigung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik Restaurants, der Gärtnerplatz in Laufweite, ein paar Minuten entfernt. Haben Sie Lust bekommen, in der Stadt zu wohnen? Dann rufen Sie mich an. Gerne vereinbare ich einen Besichtigungstermin mit Ihnen. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.